Jetzt einen weiteren Fakt für das Dark of Phoenix, für seine 5 Dinge Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und zwar, wenn man unter Wasser einen Bogen macht, einen Pfeil, wenn man den normal schießt, macht er so einen Sound. Wenn man den maximalen Tempo macht, er bewegt sich genauso schnell, aber der macht einen Sound, dass würde er sich ganz schnell bewegen. Und das war's schon. Also, das Video teilen, dann sieht er das auch wahrscheinlicher. Abonnieren darüber, dann werde ich weitere Fakten machen und ihr gebt mir auch gleich Ideen, wo ich gleich weitere Fakten hinbekommen kann. Bis dann und ciao!